Das war ein Scheiß-Intro. Herzlich Willkommen bei... Scheiß-Intro. Hanna. Bei Hanna. Bei Tour-Routine und bei Hanna. Heute hat Hanna ihr erstes... Ne, ihr erstes ja nicht, aber... Das... Heute hat Hanna ein Fan-Paket. Ihr schneidet halt nicht. Und du schneidest das. So, wir werden aufmachen und gucken, was da drin ist. Achso, das ist übrigens von Holger. Vielen lieben Dank, Holger. Wir schauen jetzt hinein. Holger, hast du einen Stempel am Start, das ist cool. Das hätte ich auch gerne. Na, du nimmst die Finger weg, sonst schneidest du dir ab. Mit den guten Einen. Aber das ist doch ein Schaf im Küchenmesser. Ich nehme mal diese billigen. So lustiger. Na. Das ist ganz geil. Jetzt darfst du da reinkommen. Einseitig. Das sind ja alte Autoteile. Das kann ich gerade nicht mehr verkupeln. Das sind Mercedes-Teile. Nein. Ich bin ja gespannt. Warte, was? Man hat noch Heuergie vor uns hier. Oha. Hallo, Hanna. Hier sind ein paar Kleinigkeiten für dich. Dafür, dass du so oft deinem Papa hilfst. Liebe Grüße, Holger. Das sieht ja schon mal cool aus. Das ist eigentlich gestohlen. Das ist doch eine Kassettenkiste, oder? Staubige Sachen sind was die besten Sachen. Hanna, dann pull mal auf das Ding. Da bin ich jetzt auch gespannt, was da drin ist. Ich krieg das nicht auf. Warte. Jetzt hier auf. Oh, wie geil ist das denn? Tim und Struppi. Oha. Jetzt bin ich immer neidisch. Nee, jetzt bin ich aber echt neidisch. Yeah. Ja, geil. 100%ig. Das sind sogar alle. Alle alten Folgen. Von Herrge noch. Die hab ich früher selber immer. Ne? Da war ich immer richtiger Fan von. Oha. Siehst du Kram. Das ist ja geil. Tim und Struppi. Oha. Was ist das denn? Also, ey, guck dir. Da ist ein Smartphone drin. Oder sowas. Ja, das ist für mich. Ich glaub nicht. Doch, das ist ein Smartphone. Ach, gut gehabt. Guck mal. Ey, die Gurke. Guck mal. Haben wir dazu? Wir haben auch so eine. Die hat die Gurke drin. Die ist doch geil. Und ich wollte schon sagen, es ist mit diesem Smartphone. Da fände ich bestimmt Jürgen für. Die Gurke, die du... Die Gurke... Guck dir das mal an. Hier, eine Gurke ist dabei. Eine Wick-Gurke. Guck mal, da hast du hier Kinder-Schokolade am Start. Wer willst denn mehr? Wie heißt das? Danke. Da musst du der Kamera sagen. Danke, Kamera. Gerne. Ich muss mal sagen, dass jemand glücklich gemacht. Aber das hier teilen wir uns. Erst mal gleich ein Süßkram aufmachen. Kannst du mir das aufmachen? Oh, die Ketten sind so lecker. Wie geil sind denn die Armbanduhren? Boah, hoffentlich kennt ihr das Geheimnis davon. Sch- nicht. Scheiße. Das werden jetzt lange Tage werden. Sch-. Oh, Junge, das ist so ein Ohr. Oh, mein Ohr. Was ist das? Oh, oh, oh. Oh, oh. Der tat weh. Das ist Lipperkram, wa? Manna, du laufst uns eine Sache essen. Oh, wo wollen wir die Gurke auspacken? Hier. Dann pack die Gurke mal aus. Oh, keine Kuschel-Gurke. Danke. Hundertprozentig. Kennst du Gurken, Wig? Das ist natürlich genau für ihre Altersklasse. Aber ja, das kennt sie. So, dann sag nochmal Dankeschön. Dankeschön. Und sag mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sag mal Danke, Holgi. Nein. Warum nicht? Danke, Holgi. Der heißt Holger, der Mann, der geschenkt hat. Sag mal Danke, Holger. Danke, Holgi. Holgi ist gut. Das sag ich nie. Sagst du nie? Sagst du nie Danke? Danke. Ja, weiß ich nicht. Ich muss nicht erkoren. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Männleute. Jake. Danke.